Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind in Heartstone und zwar mit mir, dem Lien und mit euch. Sonst werdet ihr ja nicht hier. Und wir sind beim Spielen gewerteten Modus. Immer noch. Letzte Mal Schamane, war nicht so schön. Heute in der Folge 105 machen wir was anderes. Nehme ich hier. Droide. Und Droide. Machen wir auch neues Deck. Machen wir komplett neues Deck. Was brauchen wir für Droide? Zweimal Zorn. Wichtig. Zweimal Klaue. Finde ich auch okay. Zum Abholen. So. Dann. Ich würde so gerne ein Mill Deck machen. So gerne. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Macht der Wildnis eigentlich auch ganz gut. Wildwuchs. Ich bin da kein großer Freund von. Kreislauf der Natur. Ne. 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 Mal der Natur und 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 Mal der Wildnis ist immer so eine Sache. Das sind wieder Buffs. Die sind wieder tote Karten. Auf Hand hast du nicht gesehen. Hier. Droiden der Flamme. Für drei Mana. Finde ich. Zwei. Fünf. Okay. Krankenhieb. Pflege. Sternenregen. Sternenfeuer. Naturgewalt. Giftsamen. Vielleicht einmal. Schwer. 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 Obwohl der hier wäre vielleicht. Oder? Entydrips. Oh komm. Einer. Das wäre dann ein Zwei-Dreier mit Spott. Ja. Brauchen wir erstmal einen Ein-Mana-Drips, den wir spielen können. Da nehmen wir den. Zwei-Mana-Drips, den wir spielen können. Haben wir den. Ein bisschen wenig. Ein, zwei Mana-Drips. Viele Spöts, ne? Drei Mana-Drips packen wir die ein. Da haben wir auch schon den. Das ist auch ganz gut. Vier Mana-Drips. Äh. Vier Mana-Drips. Vier Mana-Drips. Obwohl, wir können den auch noch einpacken, ne? Drei Mana-Drei-Vier. Vielleicht besser als zwei Fünf, ne? Haben wir auch schon so viele Mech-Karten. Bisschen Mechse-Energie, ne? So, vielleicht. Und so. Und so. Drei Mana-Drips. Drei Mana-Drips. Oh, wir sind schon voll. Wir sind schon voll. Oh, oh, oh. Dann machen wir den Yeti weg. Dann machen wir die Giftsamen weg. Und dann machen wir ihmchen weg. So, was jetzt? Da waren zwei. Was haben wir noch? Zwei übrig. Dann nehmen wir den. Und dann nehmen wir Alexstrasa, oder? Wir haben doch relativ wenig Schaden. Dann können wir mit Alexstrasa nochmal ein Comeback starten vielleicht. Andererseits durch die Mech-Karten müsste der dann eigentlich auch schon im 9. Zug so weit runter sein. Wir brauchen eher eine Karte, die finisht. So, was hier? So, gucken wir mal. Ich bin ganz gespannt. Spontan Deck gebaut. Mit dem Druiden. Und los! Oh, der knackt, ne? Nicht gut, nicht gut. Call me, Thomas! Jetzt kein Mist machen hier. Zu teuer, zu teuer, zu teuer. Die war ich. Gib mir ein Ciao, Junge. Ein Zombie Ciao. Dankeschön. Und so ein perfekter, 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 perfekter Starter. Grüße, Grüße. Da. Call me, Thomas. Viele Zauberaufwand. Für die Wildnis. Für die Wildnis. Ach. Ich werde es ihnen zeigen, ich werde es ihnen allen zeigen. Okay, ähm, mache ich erst mal so. Oh, zweite Geheimnis triggern, okay, hat er nicht, das heißt, es wird eine Sprengfalle sein. Oder eine Eisfalle, mal gucken. Sprengfalle. Okay. Doof ist jetzt, dass wir nichts haben, das wir spielen können, das ist richtig doof. Ich habe doch zu wenig Diener im Deck. Kopflegungen. Oh man. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. ich hoffe er spielt irgendwas entweder was vier leben hat das ist natürlich doof, müssen wir da echt einen prankenhieb für opfen? na oder? na oh ok ok wir haben keine diener mann ein schaden zieht eine karte hätte jetzt am liebsten prankenhieb face gemacht aber wir brauchen diener für die wildnis nicht sehr uncool ok ok face the place ok gucken wir mal 3 4 wir haben noch beides mal prankenhieb auf der hand ist auf jeden fall recht gut er hat nur noch 3 karten auf der hand wir sind allerdings auch schon ziemlich low ne gegen call me thomas macht hier ziemlich bitter bösen face damage wir sind nur noch auf 13 leben nicht gut katsch ok ok gibt es was zu tüfteln? wir müssen den sonnenbrunnen läutern wir müssen den sonnenbrunnen läutern wir müssen den sonnenbrunnen läutern aber ich möchte es natürlich auch darauf ankommen lassen jetzt so ein bisschen obwohl dann wäre ich tot ne 5 wenn er noch ein fass hat 10 ah ne ok ich glaube wir sind sicher wenn er jetzt nicht kaputt macht dann gewinnen wir Leeroy Leeroy komm komm schon 6 7 8 wer das und was ist hier los ja mit Leeroy ne da habe ich jetzt nicht dran gedacht den sieht man mittlerweile auch seltener boah bitter 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 ja ok ich hoffe trotzdem dass ich euch gefallen hat ne was soll ich machen ich werde im Moment fertig gemacht ne tschüss